Guten Morgen miteinander. Ich bin heute unterwegs zu einem kleinen Geheimtipp. Jedenfalls sind so nie viele Leute, aber es ist wunderschön. Und zwar bin ich heute in Sarne, Giswil. Und zwar mache ich heute die kleine Melkanschlucht. Und jetzt habe ich den Anstieg schon hinter mir einen Teil. Jetzt gehe ich in der Schlacht entlang bis ganz hoch. Mal schauen. Wetter sieht hier auch echt gut aus. Und es ist recht warm hier. Ich wünsche euch viel Spass. Tschüss zusammen. So. 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 Und schon muss ich jetzt erst eine Pesale machen. Hier um den Schutzhütten. Ja. Aber es ist noch nicht viel geschafft. Das heisst, ich muss jetzt weiter. Dann muss ich das Ziel erreichen. In diesem Fall gehen wir hier raus. So. Und gehen weiter. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020